Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ein bisschen am Pumpen. Wir sind zurück bei den 29.000 US-Dollar. Wir sind im Golden Pocket angekommen. Wir sind direkt in einem Widerstandsbereich. Pol hat gestern hier richtig einen rausgehauen, denn wir haben die 0,25% gesehen. Banken sind sicher, alles ist sicher. Freut euch auf die nächsten Jahre, die werden wunderschön. Das ist so ein bisschen die Rede zusammengefasst. Er hat aber trotzdem keinerlei Pause angekündigt. Er hat nicht gesagt, dass es Inflations-Zinssenkungen dieses Jahr gibt. Aber ganz ehrlich, was soll er sagen? Er kann schlecht sagen, am Ende des Jahres 1% tiefer, weil dann würden alle kaufen, kaufen, kaufen. Inflation geht wieder hoch. Muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es war grundsätzlich bearish die Rede. Was das jetzt für Auswirkungen hat auf uns, auf Bitcoin, auf den DXY etc. pp. werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, ab und zu ein paar Memes und natürlich Trading-Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, geben wir eine Aktion noch. Heute, letzter Tag, Bing X Einzahlungsevent, wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt. Schaut euch das gerne an, könnt ihr Free Trades abstauben. So, jetzt schauen wir mal, was ist passiert. Gestern noch, es ist mal wieder, ich glaube zwei Banken sind wieder ein bisschen in Schwanken geraten. Pecwest, Bancorp, sieht aus wie der allergrößte Shitcoin, ist aber eine größere, mittelgroße Bank. Und noch eine Bank, die auch mittlerweile ein bisschen pleite ist. Und wenn wir uns dann die Meinung von Jerome Powell ein bisschen angucken, sehen wir dann einfach das. And then we said, your money is safe in the bank. Yes, genau so sieht es aus. Alles ist safe. Das hat er gestern hundertmal betont, dass die Banken komplett safe sind. Also Leute, Banken sind safe. Damit sehen wir uns morgen wieder. Und nee, Spaß. Aber das ist so mal grob zusammengefasst. Bitcoin hat davon profitiert und nicht nur Bitcoin. Ich bin heute früh ein bisschen erschrocken, weil Gold komplett geisteskrank nach oben hingeschossen ist. Der Plan war eigentlich, hier unten nochmal die Position zu vergrößern. Wir sind nicht mehr hingekommen. Und dann hat Gold sich gedacht, jo, ich gebe mal einen Fick auf alles und pumpt Richtung 2080 US-Dollar. Wir haben damit das Hoch von August, ich glaube 2020 oder sowas rausgenommen. Also Gold wirklich krass unterwegs. Auch ein höheres Hoch hingelegt auf einen 1-Stunden-Timeframe. Wird recht interessant werden, wie jetzt hier die nächsten Stunden verlaufen. Ich versuche hier gegebenenfalls dann sogar mal so einen kleinen Short zumindest reinzukriegen, weil ich darauf hoffe, dass wir beim Dollar und bei Bitcoin eine Korrektur reinkriegen. Warum eine Korrektur? Ich habe es gerade am Anfang des Videos schon mal erwähnt. Ich möchte hier oben das Golden Pocket, also Trade läuft, das habe ich auch gestern schon im Stream erwähnt, dass der offen bleibt, weil die Long-Position eben noch läuft. Das heißt, wir haben ja eigentlich gar kein Risiko. Deswegen bin ich jetzt hier mal den Short-Trade eingegangen, hier ins Golden Pocket. RSI auf einen 1-Stunden-Chart, relativ groß. Wir haben, vergesst den Weg mal ganz kurz, hier unten so eine kleine Einerseits-Ineffizienz. Wir haben eine Vector-Handle unten, die würde ich gerne noch gefüllt kriegen, um dann gegebenenfalls hier ein höheres Tief nochmal reinzukriegen und dann das Golden Pocket nach oben hin zu durchbrechen. Das ist jetzt so ein bisschen der kurzfristige Fahrplan. Ich bin erst einmal komischerweise bullish, trotz der Aussagen von gestern, aber dadurch, dass die Banken jetzt schon wieder komplett ins Straucheln geraten. Zwei oder drei Banken sind es ja mittlerweile, die hier straucheln. JP Morgan kauft es eh auf, ihr kennt das Spiel. JP Morgan versucht hier Monopolbestellungen und sonst was zu erreichen. Bleibe ich jetzt doch erstmal auf einem bullischen Pfad, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war gestern ein bisschen bearischer eingestimmt, habe eigentlich gedacht, okay, wir suchen uns zumindest die Stop-Losses hier unten, aber grundsätzlich, kurzfristig Short, wie gesagt, der Short läuft. Entry 28.950 bis, ich glaube, 29.000, irgendwo in dieser Region dazwischen. Stop-Loss hier oben an dieser grünen Box, 29.600 US-Dollar. Bleibt jetzt auch erstmal so. Sollten wir hier dieses höhere Tief reinkriegen, gucken wir uns gerade mal hier mit dem FIP-Level dazu an, wo wir da hin müssten. Passt perfekt, höheres Tief, Ineffizienz plus Vector-Handle bei 28.600 US-Dollar. Wäre der erste Take-Profit, Stop-Loss-Entry und dann schauen wir mal, wie das ganze Spiel weitergeht. Aber grundsätzlich bin ich erstmal auf einem bullischen Pfad, sobald wir hier einen 4-Stunden-Close über dieser 29.300 US-Dollar-Marke kriegen. Also wirklich einen schönen Close drüber, mit Volumenunterstützung. Dann gibt ihm aber und dann sind auch die 32k auf jeden Fall wieder im Bereich des Machbaren. Auch wenn, wie gesagt, gestern die Rede jetzt nicht wirklich absolut bullisch war, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich, was soll er sagen? Er kann schlecht sagen, wir senken die Zinsen, wir erhöhen die Zinsen, was weiß ich was. Er muss da auch ein bisschen mit den Leuten spielen, weil halt die ganze Wirtschaft im Endeffekt hinten dran hängt. Sobald wir hören, okay, Zinssenkung hin, gehen die Leute wieder mehr einkaufen, Inflation steigt wieder, dann hast du das gleiche Problem wieder. Deswegen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal die letzte Zinserhöhung bleiben für die nächsten Wochen, Monate. Wir haben immer noch das Problem, dass Banken pleite gehen. Wir haben das Problem, dass immer noch nicht die Schuldenobergrenze in den USA erhöht ist. Steht jetzt auch so ein bisschen im Raum. Also da kommt jetzt schon einiges noch rein die nächsten Wochen, was hier die Kurse ordentlich treiben kann. Und wenn wir die Reaktion von Gold sehen und Bitcoin als digitale Alternative noch dazusehen, bin ich momentan eher auf der bullischen Seite für Gold, für Bitcoin. Und wenn wir uns die XY anschauen, wo haben wir hier, auch ordentlich federn lassen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal so einen ordentlichen Abrutsch hier runter kriegen, trotz dieser Zinserhöhung. Aber gut, wie gesagt, wir haben Bankenpleiten etc. Es sieht nicht wirklich gut aus für die Wirtschaft. Rezession wird erwartet, nur eine milde. Also auch hier ein bisschen Wortwahl, immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber gut, wie gesagt, erstmal ein bisschen Bullish. Sollten wir hier den Rücksetzer reinkriegen, werde ich einerseits Stop-Loss-Entry bei der Short-Position machen. Und zweitens werde ich die Long-Position von 27.400 hier nochmal verdoppeln. Das heißt, wir haben noch so einen Entry von knapp 28.000 US-Dollar. Die würde ich dann erstmal upsaven und dann hoffen, dass wir Richtung 32.400 US-Dollar gehen. Wir hätten jetzt schon den zweiten Push, der dritte Push, könnte uns dann hier hoch Richtung 30.000 US-Dollar bringen. Ich glaube, das könnte heute eine Marke sein, die wir auf jeden Fall sehen werden. Schauen wir nochmal ganz kurz in den 4-Stunden-Time-Film, wie sieht das Volumen aus? Volumentechnisch ist zumindest hier mit dem Peak deutlich, deutlich mehr Volumen reingekommen. Aber wie gesagt, das spricht auch alles nochmal dafür, dass wir uns diesen Peak nochmal holen, die Stop-Losses. Und dann zumindest einen höheren Close, über 29.300 US-Dollar starten. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es hier aus? Ethereum deutlich, deutlich stärker. Das heißt, uns gestern im Livestream, übrigens heute Abend, 19 Uhr, wieder Livestream mit euren Altcoin-Wünschen. Die ganzen Altcoin-Wünsche von gestern habe ich schon hochgeladen auf dem Zweitkanal. Die kommen jetzt so im Laufe des Tages, drei Videos, morgen drei Videos und am Samstag schon mal eins oder zwei Videos. Plus die natürlich, die wir heute Abend im Livestream anschauen, kommen natürlich auch noch dazu. Also ihr seht, ich bin fleißig früher am Morgen. Analyse ist auch schon geschrieben, also geht ab. Auf jeden Fall zurück zu Ethereum. Haben wir gestern im Livestream schon darüber gesprochen. Hat vorgepumpt, vor Bitcoin, also ordentlich schon im Livestream gepumpt. Habe ich aber auch gestern zugesagt, gefällt mir short-technisch überhaupt nicht hier im Golden Pocket. Und im Endeffekt ist genau das passiert, was wir gestern besprochen haben. Wir sind hoch bis auf 1900, 1910 gepumpt. Ineffizienz gefischt etc. Das 0786er auch gefischt. Warte hier aber auch noch ein bisschen, dass wir uns gegebenenfalls dieses Hoch hier oben bei den 1916 nochmal abholen. Und dann werde ich auch hier wahrscheinlich einen kleinen Short wagen mit Stop-Loss über diesen letzten Hoch bei 1940. Wir schauen uns mal ganz kurz hier das Verhältnis an. Wären ungefähr 1,4%. Können wir auf jeden Fall eingehen für den Trade. Und dann mal gucken, wo uns dieser hinbringt. Wir machen das FIP-Level mal ganz kurz weg. Schauen, wo die Liquidität liegt. Wir sind auf einem 1-Stunden-Chart unterwegs. Da seht ihr, okay, da war eine ordentliche Candle drin. Die wurde aber schon längst abgefischt. Die zweite liegt dann hier unten in diesen Bereichen, wo die nächste Liquidität liegt. 15-Minuten-Chart. Ganz kurz gegenchecken. Wie sieht es hier aus? Auch hier gecheckt, okay, Liquidität abgeholt. Die nächsten Volumen-Cancels liegen dann hier unten in diesem Bereich. Und das wäre dann auch hier im Endeffekt unser erster Take-Profit bei 1.870 bis 1.860 rum. Sollten wir das höhere Hoch reinkriegen, sollten wir einen enormen Volumen-Vorschluss kriegen, werde ich den Short canceln. Also dann werden wir auf jeden Fall keinen Short machen. Bitcoin-Short läuft. Ethereum müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, meines Erachtens nach. Gut, das war es jetzt erst einmal dazu. Und dazu, grundsätzlich, wie gesagt, Rücksetzer wäre heute nice. Dann von mir aus höheres Hoch mit 4 Stunden Close wäre Bombe und dann Bitcoin-Richtung 30k. Viel Neues gibt es nicht. Heute kommen, glaube ich, auch erst einmal keine News. Also erst einmal ein bisschen ruhigerer Tag. Ich wünsche euch von meiner Seite auch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in den Tag. Wie gesagt, News gibt es, glaube ich, jetzt auch gerade noch keine. Habe ich noch gar nicht aktualisiert. Mensch, Krypto-Mining. Ah doch, Guthaar investiert 500 Millionen Dollar. Vielleicht auch sehr, sehr interessant. Mining läuft, die Hashrate steigt jeden Tag von All-Time-High zu All-Time-High. Auf jeden Fall war es das jetzt von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Heute Abend, 19 Uhr Livestream. Würde ich mich freuen, wenn wieder einige von euch dabei sind, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt oder ein bisschen Talk wollt. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann spätestens heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.